Ein Herz für ein Herz zu geben, für alle Zeit, alles zu schenken, dazu bin ich bereit. Gib mir ein Herz, ein Herz für mich, ein Herz, das mir sagt, ich liebe dich. Liebe Frau Spirer, vielen, vielen herzlichen Dank, dass ich dich kennenlernen durfte, dass wir so eine schöne Sendung gemacht haben. Ich möchte Elisabeth Spirer einfach Danke, Danke sagen, dass das möglich war und dass ich da dazugekommen bin, weil sonst hätte ich die Andrea einfach nicht kennengelernt. Die Frau Spirer gehört einfach irgendwo mit dazu in dieser Beziehung, ist sie ein wichtiger Teil. Sie hat dir alles rausgeholt, als wäre das, was drinnen steckt. Ich habe bei dieser lieben Dame das Gefühl gehabt, die kann dich in die Seele schauen, ohne dass du das merkst. Ich habe mir aufpassen müssen, was ich sage. Also der Frau Spirer verdanke ich ja jetzt meine Zukunft mit dem Eugen und das ist wie ihm, als wenn ich im Paradies bin. Danke, 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 danke. Mit zehn Ausrufezeichen. Danke, danke.